Liebe Kinder, in den letzten zwei Videos habe ich euch vom Weisga Kinderlieder Album erzählt, dass das eben kommen wird. Was ich euch noch nicht erzählt habe, ist, dass auf diesem Album nicht nur Kinderlieder sein sollen, sondern auch Kindergeschichten. Also Geschichten, die ich für euch vorlese. Diese Geschichten wurden mir eigentlich schon geschrieben von einer Autorin und deswegen so weit, so gut. Gut, jetzt habe ich aber ein Mädchen kennengelernt oder mit einem Mädchen gesprochen, das ich schon kannte und habe ihr von einem der Lieder erzählt, welches auf das Album kommen soll. Also um was es da geht. Und da hat sie sich nun hingesetzt und angefangen eine Geschichte zu schreiben, einfach so und hat sie mir zugeschickt. Und diese Geschichte fand ich so cool, dass ich gedacht habe, Mensch, es wäre doch klasse, wenn noch andere Kinder mir Geschichten schreiben würden. Und dann würde ich diese Geschichten eben dann vorlesen und aufs Album bringen. Und deswegen, wenn ihr Lust habt und vielleicht gut im Schreiben seid, dann schreibt mir doch auch eine Kindergeschichte, die ich dann eben möglicherweise vorlese und aufs Album bringe. Wichtig wäre zu wissen, ihr solltet euch vorher nochmal bei mir melden, weil ich euch nämlich gerne sagen würde, wie lang das ungefähr sein sollte und vor allem auch ein Thema vorgeben. Denn es ist eigentlich so gedacht, dass die Geschichte immer dann passt zu dem Lied, das danach kommt. Und ihr müsst aber auch noch was wissen. Ich weiß ja nicht, wie viele Kinder sich jetzt melden. Das können nur ein oder zwei sein oder richtig viele. Und sollten es viele sein, kann ich ja nicht alle Geschichten, die kommen, auf das Album nehmen. Ihr dürftet also nicht traurig sein, wenn eure Geschichte dann nicht aufs Album kommt. Aber ich lese die alle und ich würde mir was einfallen lassen, wie wir die Geschichten vielleicht trotzdem irgendwie verwerten können. Dass ich sie eben trotzdem vorlese und die dann einfach ins Internet kommen zum Beispiel oder irgendwas anderes. Vielleicht habt ihr dazu ja auch noch eine Idee. Eure Eltern müssten mir auf jeden Fall die Erlaubnis geben, dass ich die Geschichte benutzen darf, wenn ich es dann brauche fürs Album. Und vielleicht auch das ein oder andere Wort umstellen. Kann ja vielleicht möglich sein oder nötig. Ja, das ist schon alles. Ihr habt es gehört. Wenn ihr was schreiben wollt, meldet euch gern. Ich gebe euch das Thema vor und die Länge. So ungefähr. Und da bin ich schon ganz gespannt, was dabei rauskommt.